Weiter geht's hier an der Tunguska und heute mal mit der Pose unterwegs. Schön auf die kleinen und großen Bodenrenken und einiges anderes, was hier gerade reingeht. Ich teste noch gerade ein bisschen die Köder und die Haken, denn ich glaube, da geht noch einiges mehr. Ja, also komm ran hier, Bodenrenke, ja in einem Kilo, gar nicht so schlecht, aber da geht ja auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ich muss gleich ein bisschen, ich denke mal an der Hakengröße ein bisschen schrauben, denn ich bin hier super fein und klein unterwegs und wollte eigentlich auf die kleinen Fische gehen. Und jetzt, bam, gehen hier doch die etwas größeren Brocken rein. Wir gucken mal eben kurz in den Kescher, so sieht es gerade aus, sortieren wir mal eben, machen wir es mal so. Also, das ist gerade jetzt das Ergebnis hier nach einer knappen halben Stunde, passt das? Ja, noch nicht mal ganz. Also, so sieht das aus und insgesamt jetzt hier 132 Silber schon zusammen. Also, gar nicht so verkehrt und ja, jede Menge Bodenrenken dabei und das Ganze eben auf einem super kleinen Setup. Und zwar, na, wo ist es? Hier ist es. Auf einem 18er Haken, Köcherfliege, Fliege. Also, so simpel und so klein. Ich habe eigentlich eher mit Hasel und Tugon und so gerechnet, aber es sind überall die Bodenrenken drin. 1,20 Meter Tiefe habe ich hier eingestellt. Und wir gucken mal, es gibt ja Begrenzungen bei den Ködern von der Hakengröße. Und dann gehen wir nochmal eben rein und gucken, wir haben hier bis zu einem Viererhaken und auch hier bis zu einem Viererhaken. Das heißt also, ich nehme jetzt mal einen Viererhaken in der gleichen Kombination, nehmen wir mal den hier und machen auch hier die Fliege und die Köcher drauf. So, und dann gucken wir doch mal, ob das jetzt hier nochmal ein bisschen dicker wird. Also, gleiche Kombi und vielleicht ballern ja jetzt hier die nochmal größeren Fische drauf. Also, Primärziel der Fische ist ja eigentlich dann immer die Köderkombination oder der Köder an sich. Das ist ja das, was am ehesten lockt und als sekundäres beeinflusst ja dann doch irgendwie immer der Haken noch so ein bisschen mit. Zum einen natürlich die Frequenz, die wird bestimmt ein bisschen runtergehen. Also, das war jetzt schon recht viel. 44 Fische jetzt in der kurzen Zeit mit einer Route, das passt. Zwischendurch sogar noch ein bisschen hier rumgedödelt und nochmal vom Setup eingestellt, beziehungsweise hier am Stream und sowas alles eingestellt. Also, nur nicht mal ganz durchgezogen, aber trotz allem schon über 40 Fische in der Zeit. Das passt und man könnte sich natürlich auch mit zwei Setups, also zwei Routen hier hinstellen. Drei wird schon ein bisschen stressig, aber zwei sollte ganz gut gehen. Zack und dann geht es wieder rein. Na siehste, aber bisher noch gar nicht wirklich größer. Nicht wirklich der Riesenunterschied. Vielleicht liegt es auch einfach nur an der Köderkombination, dass die nicht zwingend größer werden, die Brocken. Wenn das so ist, dann müssen wir andere Köder suchen. Vielleicht einfach mal noch einen Wurm mit rein machen, statt der Fliege. Denn die kleinen Eschen und sowas, da könnte man eigentlich drauf verzichten, sind relativ selten. Kleine Eschen, also hier unten bei der Kombination mit Köcherfliegenlarve und Fliege waren immer mal so ein paar Eschen dabei, in den Morgenstunden vor allem. Und dann habe ich zwischendurch getestet, genau ab der Pellet, habe ich dann hier mit Köcherfliege Steinfliege getestet. Das war aber nicht so ergiebig, da war dann hier vieles kleines, klein, 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 gar nicht mal so ergiebig. Mucksun zwar auch mit dabei, das war jetzt hier mit Eintagsfliege dann sogar noch. Aber am besten läuft tatsächlich die Kombination mit der Fliege. Einfach auch von der Frequenz und von den Größen her war es tatsächlich mit am besten. Vielleicht nehme ich gleich nochmal einen Sechserhaken, sollte vielleicht nochmal besser funktionieren. Sechserhaken und die Kombination. Wobei, wenn man die Bodenrenken haben will, dann müsste man auch eigentlich mit einem größeren Haken rein. Eigentlich braucht man dann den dicken, fetten Haken für die richtig großen Brocken. Die können ja, ich weiß gar nicht, 8 Kilo oder so groß werden. Da ist sie, große Bodenrenke, 8,8 Kilo, Eintagsfliege, Köcherfliegenlarve. Na guck, also in der Kombination ging die Trophy bei mir rein. Ist natürlich auch schon Monate her, aber vielleicht klappt das ja immer mal wieder mit dieser Kombi. Gehen wir jetzt auf 1,60 Meter Tiefe, Köcherfliege, Eintagsfliegenlarve. In der Kombi probieren wir es einfach nochmal. Und das Ganze, wie gesagt, nochmal ein bisschen tiefer von 1,20 Meter auf 1,60 Meter. Deutlich mehr in Richtung Boden jetzt sozusagen. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Zack, na guck. Und das sieht auch gewichtsmäßig gar nicht schlecht aus. Komm ran hier. 1,3, joa. Aber bisher noch kein Unterschied wirklich zum 18er Haken. Da waren die auch ungefähr in der Größe. Also da bleibe ich doch dann lieber bei den kleinen Haken und bei einer hohen Frequenz. Wobei auch, es waren auch viele Unmaßliche dabei. Aber so könnte es doch noch weiter funktionieren. Na guck, also gar nicht so schlecht. Man kann einfach, man kann einfach hier so vieles probieren. Das ist der Hammer. So viele Köder, die einfach immer wieder funktionieren. Auch in Kombination jetzt gerade mit dem Regenwurm nochmal mit dran getestet. Natürlich geht auch direkt mal den Barsch drauf. Aber eben auch Pelletmarin, Bodenrenke. Also es geht hier einiges in Köderkombi oder einfach nur, wenn man die verschiedensten Köder durchtestet. Wenn man hier Posen-Skillen machen will, ist das glaube ich einer mit der besten Stellen, um hier Skillpunkte zu machen im Posenangeln. Weil einfach auch so viele unterschiedliche Fischereien gehen in richtig guten Größen. Von den ganz kleinen, wie gesagt von Tugunen und von den Haseln hier bis zu den ganzen Maränen, Renken und Co. Also richtig nice. Kohlemäßig. Gucken wir gleich nochmal eben rein. Na, der hat jetzt nicht gehakt. Also von der Kohle her in der ganzen Zeit. Wir sind jetzt hier 39 Minuten. 170 Tacken. Ja, da könnte natürlich noch ein bisschen mehr gehen, wenn die ein bisschen dicker sind. Gucken wir gerade nochmal eben nach Preis sortieren. Ja, also die Hälfte. Ja, ziemlich genau die Hälfte der Fische ist leider unmaßig. Die kommen dann natürlich alle in die Tonne oder werden zu Fischfetzen gemacht. Hier ab 500 Gramm. Aber ja, da geht auf jeden Fall einiges noch. Und wenn man das dann auch mit zwei Posen hier macht, mit zweimal einer Matchbolo oder mit einer Stippe, dann geht es natürlich richtig ab. Also, Petri Lümmels, testet einfach mal hier an der Stelle. Und gerade wenn ihr Posen-Skill machen wollt, lohnt sich das, glaube ich, hier immens. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Naja, oder mal im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwoch und Freitags, immer um 19 Uhr. Bis dahin. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.